Ich schätze sie, obwohl es da etwas direkt war, sehr stark heim. Gute Technikerin. Ja, da fährt sie lässig. Schau, eine schöne Bewegung, gut harmonisch, nicht ganz so hart wie davor. Ein Resorb in so einem Bode ist lässig. Das ist richtig gut. Die ist noch schnell unter eine halbe Sekunde. Hat jetzt natürlich was eingebüßt, aber der Bolster war groß. Wichtig ist, dass sie da jetzt die Ruhe bewährt, weil sie viel zu direkt unterwegs ist, aber das macht sie. Schau, da kann sie jetzt wieder Speed aufnehmen. Das ist eine steilere Passage. Fährt der Schwung auf Schwung mit einer richtig guten Bewegung. Da gibt es jetzt wieder eine Speed-Überraschung durch Valerie Grenier. Halbe Sekunde fast oben Vorsprung und sie ist da noch dran. Ist doch immer gut dabei. 18 Hundertstel nur der Rückstand im Kampf auch mit Steffi Venier jetzt um den zweiten Platz. Jetzt braucht sie die Richtung. Jetzt braucht sie die Richtung. Und jetzt kann diese Richtung erreichen. Vielen Dank.